Wir kommen gerade für Christen, wir haben die Käse auf der Unabhängung, die wir hier machen. Vielleicht haben wir auch gerade die Heiligen Salah. So, das ist richtig, ich muss zählen, oder? Das ist doch nur der Kampferer, was sagt. Nein, das ist doch eine Heilige, das geht jetzt auch nicht eigentlich. Ich habe heute einen Tiefen, glauben wir uns das zu sagen. Die Heilige Sascha, die die Heiligen Salah auswessteckt, die Ereignisse in Mordgas, als auch die Heiligen Salah des Piloten und der土ze Erkenssend auswes. So, auch die Heilige Der Infoer ist, der Zertigartes Rückkehrer auswesert. Die Schilder der Bauche, der sich in der Hand der Christiane became. Such as the workings of Krishna's yoga, why didn't Krishna become astonished? So here today he is completely about his position as a three-born, and mother is now a four-year-born. Krishna has to follow our instruction. So with this Krishna show you, Thaigus would not get to what did he come. Krishna is really only completely controlled by devotees. He is not controlled by any ones. Therefore, one of his sons understood about Sabbath prayer. He is probably saying, Krishna is my son and Krishna is my son. Just like we hear in the past times of the Bible, Thaigaratha always tells Thaigaratha his son. Then one night Thaigaratha Nisha had a dream, and one very powerful devil child. One brother came in his dream and said, You don't know who your son is? He has a powerful knowledge. What is the use of your chastisement? What is the use of your discipline? What is the use of your instruction? Then Thaigaratha Nisha said, Even if my son is the Supreme Lord himself, still in his mind he gives a father to give you instruction. I must instruction. Therefore that I have been wedlocked from Thaigaratha, I must be sure that one of you is revealed in his dream to me. Satsimata. Therefore, when I saw this said, John, see me. And the bishop said, I am not a thief. And you are, I am coming to the dynasty of Nandamata, but in your dynasty I said, it's your. And I am not, I am not a thief. And I am not a thief but I am not a thief. I am not obligated with it, To make sure I am not a thief. And I am not a thief and I am not a thief. I am no thief. Like to see me. My son at the University, You are kidding me? If my dad is complaining, and when we might stop asking you for a few miles, Of course, I am not trying to imagine. I am blessed to see you. Der Herr Ketterl abt einem kleinen kleinen bedrock mit der Stamm disease. Und er hat eine Fähigung imال für einen Gehobacht geht. Der Herr Ketterl sagt, sie sind schmiedet, wie sie waren. Der Herr Ketterl sagt, sie sind schmiedet, sie sind schmiedet, sie sind schmiedet. Der Herr Ketterl warst, dass sich die Kinder in der Schweiz wünschen. Der Herr Ketterl sah das Tauch aus und sie hat den Schmiedet. Das war es mein Schuldig. Was sie so lustig hat, war es mein Schuldig. Da war es so sein, ich war es. Das war es. Wenn sie mir bist, liebe sie, oder? Wir sagten, es ist, viele Menschen, wir würden nicht catchen. Kapriärer und chasse, wir würden nicht catchen. Wir würden wirklich nicht beschreven. Was Sie mir? Wien wir uns negativ? I was going to biret someone who was no inside, no outside, no up, no down, who is inside of everything, but also outside of everything. Where he stand, where he stand, who even though he enters into everything, he owns your ways, outside of everything. If someone says, I will bribe that old pavade in the water, then old pavades in the water, because who can control one water, he's not cheating. Wenn man ihn nicht kontrolliert, kann man ihm nicht kontrollieren. Wie kann man den Ronalden, einmal insofern. Wir brauchen die Ärzte, man sieht die Ärzte aus娶erset. Er hat die Ärzte aus娶erset. Er hat die Jahsszüle gewohnt, die Menschen mit einem den Kontrollen, Das war's für heute. Christus sagte, so, thank you Mike, otherwise, it will not be done by any of you. It will not be done by any of you. It will not be done by any of you. Tomorrow morning, we will discuss how much of the life of Mike was successful, and what happened. It will not be done by any of you. So, once I have a couple of years, it will not be done by any of you. Thank you.